Radio Raffnika, Folge 235, heute mit neuen Modern und Vintage Bannings, competitive für jedermann und ein neuer Dungeon für alle Leute, die Dungeons in Magic einfach mögen. An meiner Seite, der gute Robin. Robin, wir haben heute vor, ein bisschen größeres Askerz-Energy zu machen. Schaffen wir das? Ich denke mal schon. Wir haben ja auf jeden Fall sehr spannende Themen, auch Themen, wo man lange drüber reden könnte. Aber im Endeffekt dann doch weniger Spoiler und Karten, die wir besprechen müssen. Deswegen Ask Us Anything sollte heute auf jeden Fall drin sein. Yes, endlich, finally. Genau. Aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuehlt sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und diese Getränke dabei genießen. Wenn ihr vorbeischaut bei weareholy.com slash Radio Raffnika und spart etwas Geld mit Raffnika 10 bzw. Raffnika 5. 10% auf alle Einkäufe und 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Schaut vorbei. Es gibt auch wieder neue, sehr schöne und sehr leckere Geschmackssorten, die jetzt gelauncht wurden. Aber bevor wir auch noch weiter anfangen, ein Hinweis, den wir letzte Woche vergessen haben, wo wir bei Keep7 waren. Und zwar, dass wir am 25. Mai beim MTG-Fest sind. Alle Karten dafür. Also es wird Pioneer und Pauper gespielt. Das ist ein Community-Radio Raffnika-Turnier, organisiert vom guten Mirko. Und schaut da jedenfalls vorbei beim mtgfest.de. Da wird dann ein schönes, beziehungsweise zwei schöne Turniere mit uns eben stattfinden. Und es würde uns freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit dem ersten Thema. Und zwar die Banned and Restricted-Ankündigung vom 11. März. Wurde ja angekündigt, wir haben jetzt momentan wieder diese Bann-Fenster ein paar Wochen nach dem Release eines neuen Sets. Und wir haben zwei Änderungen, richtig? Was haben sie sich denn hier geändert? Wir haben erstmal meiner Meinung nach einen sehr witzigen Fail. Und zwar haben sie Ponder im Vintage-Entband. Zumindest stand die ersten zwei Stunden Unband auf der Liste. Das heißt, wir haben eine Unrestriction von Ponder. Das bedeutet, Vintage-Spieler dürfen jetzt so viele Ponder spielen, wie sie wollen. Ich hab's gerade eben schon mal gesagt. Ich find's aber noch ganz lustig, dass Wizards so einen kleinen Hiccup gemacht hat. Weil das war ja eine der ersten Interaktionen, die wir beide miteinander tatsächlich hatten. Wo wir über Restricted-Karten gesprochen haben. Genau, wo gebannte Karten im Vintage gesprochen wurden. Und die Banned-Liste im Vintage, genau. Und da haben wir das erste Mal im Store wirklich miteinander geredet. Deswegen ganz witzig. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss es wirklich hat. Wahrscheinlich schon ein bisschen, weil Ponder ist keine schlechte Karte. Brainstorm ist immer noch auf eins. Ja, mal gucken, was das wirklich verändert. Ich find's spannend, dass sie immer noch ... Man kann die E-Look-Cantrips haben. Ja, das hast du ja gelernt. Genau, genau. Nee, tatsächlich ist es so, dass es halt so ein bisschen vom Unbanding her ein bisschen spannend ist. Sie haben ja auch drunter so ein bisschen geschrieben, so warum sie das gemacht haben. Und unter anderem ist es halt so, dass es halt ... Ich glaub, Vintage hat Ponder geliefert seit 2008. Es ist, glaub ich, auf eins gewesen. Und ja, deshalb wollten sie es mal testen, wie es mit Vier Ponder funktioniert. Viel wichtiger für spannender Modern. Genau, da haben wir seit dem letzten Bann von Fury so ein kleines Problem mit den Cascade-Spielereien. Dementsprechend wurde hier gebannt Violent Ausburst, ein 3-Mana-Instant mit Creatures you control, get plus one, plus zero, until end of turn und eben Cascade. Was, ja, also ich mein, ich seh jetzt auch grad die Metagame-Analyse von MTG Goldfish. Sowohl Crashing Footfalls als auch Living End sind beides halt Decks, die halt diese 3-Mana-Cascade-Spells genutzt haben, um eben in Crashing Footfalls reinzukaskaden oder halt Living End. Weil wenn man in einen Suspense-Spell quasi reinkaskadet, kann man den for free spielen, ohne dass man diese Suspend-Kosten zahlen muss. Und das war schon, würdest du sagen, es war broken oder war es nur dominant? Ich glaube, gerade mit der Leyline of the Guild Pact von Murders of Cull of Manor und der Sky and of Draco-Kombo, plus man konnte ja jetzt auch Leyline-Binding dann in diesen Decks spielen, war es einfach nicht nur dominant, sondern auch wirklich oppressive. Also wirklich, es hat ein bisschen die Meta unterdrückt. Es ist nicht so, dass man sagt, oh, das war Tier 1 und nichts, konnte es schlagen. Aber es war schon sehr, sehr gut. Vor allem, weil es halt den interessanten Fakt hatte, wenn man das als Instant spielen konnte. Also es gibt noch weitere, viele, viele weitere für 3-Mana-Cascade-Spells, die man halt in Sorcery-Spielen spielen. Oder halt Enchantments. Und da ist es halt genau die Frage, wie wird sich das halt hinändern? Ich glaube, so Ardent Plee oder so mit Exalted wurde Tavis sogar schon gespielt. Und naja, da muss man halt überlegen, wie man ein bisschen damit jetzt rumbrut. Es hat das Deck halt geschwächt. Vor allem, weil es halt, wie gesagt, nicht mehr in deinem Zug spiele ich Violent Outburst. Okay, dann counter ich das und mache und tue. Dann gehe ich in meinen Zug, habe immer noch 3-Mana und spiele halt den nächsten. Und das war halt die Problematik, die halt ganz oft vorgeherrscht hat. Dass man halt im Gegnerzug den Gegner nach Fragen gefragt hat und in seinem eigenen Zug mit enttapptem Mana einfach weitergemacht hat. Das sind Sachen, die Modern einfach nicht möchte. Genau. Plus halt der Vorteil, das halt im gegnerischen Zug machen zu können, ist halt auch mit Force of Negation. Weil man den dann quasi mit einem blauen Spell eben pitchen kann. Das heißt, und halt Force of Negation ist halt auch von 3-Mana eigentlich. Das heißt, man kaskadet auch nicht zufälligerweise in Counterspell oder irgendwie Spellpierce oder sowas. Sondern man kann die Kombo erhalten. Man hat diese 100-prozentige Garantie, in ein Suspense-Spell zu kaskaden. Hat aber trotzdem die Möglichkeit, for free Interaktion im gegnerischen Zug zu machen. Also, ich kann schon sehen, wie das zu ganz vielen so Non-Games führen konnte. Und wie du schon sagst, das führen sie auch in dem Artikel aus, das Deck ist jetzt nicht tot, was meiner Meinung nach einer der besten Bannings ist, wenn sie was verändern. Was aber nicht dafür sorgt, dass das Deck komplett aus dem Format verschwindet. Ja. Sondern eben, ne, Cascade ist immer noch dann auch gut, wenn man mit einem Shardless Agent einfach in seine Rhinos reingeht oder mit Living End das komplette Board wiped und eben diese Interaktion mit Instant Speed. Das ist halt, glaub ich, das Wichtigste. Und da war Violent Outburst eben der, ja, das Problem. Und gut erkannt, gut gebannt, würd ich an dieser Stelle sagen. Wie sieht's denn bei dir eigentlich aus mit Legacy? Gibt's da irgendwelche Karten, auf die du grad schaust? Also, wir haben zu jedem Format mittlerweile wieder eine Erklärung bekommen, was sie sich anschauen. Ich seh hier der Broadside Bombardier, der in Red Prison Decks und Goblins gespielt wird. Den haben sie so ein bisschen, ja, reingenommen in den Artikel, weil das jetzt eine neue Karte ist, die jetzt viel gespielt wird. Glaubst du, das ist ein Problem? Oder glaubst du, das ist vollkommen Legacy-Power-Level komplett machbar? Ich glaub, der ist Legacy-Playable komplett machbar. Also ja, Goblins sind stark. Ich hab ja am Sonntag in Hamburg beim Buden Brawl den zweiten Platz gemacht, alleine mit Goblins, weil es teilweise einfach dumme Karten sind. Aber das sind Goblins generell. Das ist die inhäritäre Auffassung von Goblins. Das muss man einfach sagen. Und Monorad Prison ist jetzt auch nicht so das Tier-1-Deck damit geworden. Sondern Tier-1-Decks sind halt aktuell diese ganzen Scam-Decks. Diese ganzen schwarzen Reanimate-Decks. Diese ganzen Delver-Decks. Und die spielen das halt nicht, sondern die haben halt ganz andere Strategien. Und Scam, also das sogenannte Reef, die man vorher spielt, plus Reanimate, plus generell Reanimate ist einfach grad so ein starkes Deck. Da können Goblins auch nicht mithalten. Da kann Monorad Prison nicht mithalten. Und ja, Broadside-Bombe, die ist eine lustige Karte. Sie macht Spaß. Vor allem sorgt sie dafür, dass man sowas wie eine Kaldrad dem Gegner noch entgegen flingen kann, was einfach witzig ist. Aber ansonsten ist es halt eher, ja, keine Ahnung. Und ich hab halt immer noch diese Schwierigkeit, die ich halt sehe mit Bowmaster, die auch hier angesprochen wird. Gerade auch, weil's halt Bowmaster gegen Bowmaster halt viel macht. Aber sie sagen ja selber, dass Bowmaster nicht auf dem Niveau von einem Format-Staple ist, aber halt trotzdem so ein bisschen das Auge draufgelassen hat. Weil es eben viele der Format-Staples unterdrückt. Und das ist halt das Spannende. Irgendwieder spielst du aktuell halt sowas wie Ancient Tomb, Reanimate-Decks. Das sind so die zwei Decks, die es gibt. Also, Ancient Tomb oder Scam-Decks. Oder halt Bowmaster. Also, Ancient Tomb und Bowmaster-Decks. Mehr gibt's eigentlich gerade aktuell gefühlt nicht. Ja, das ist auf jeden Fall spannend, irgendwie halt zu sehen, ob sie da halt nochmal ... Also, ich finde, das ist so ein Knackpunkt. Ich glaub, bei Orcish Bowmaster ist wirklich so ein bisschen die Grenze erreicht, wo's dann ... Also, was halt diese ganzen übermäßig brokenen Karten irgendwie angeht. Zumindest was so meine Außensicht von Legacy irgendwie angeht. Weil ich glaube, sobald sie den Orcish Bowmaster bannen würden, müsste man sich auch immer viele andere Staples Gedanken machen. Ja, The One Ring. Ob man sie nicht auch ... Ob The One Ring vielleicht zu stark ist. Und ich finde, das ist sehr spannend, weil ich das eigentlich auch beobachte halt eben bei Modern. Wobei jetzt gerade die Karten, über die wir jetzt gerade gesprochen, gerade die Herr-der-Ringel-Karten jetzt nicht so häufig auftauchen, also nicht so ein großes Problem sind wie halt andere Strategien. Ähm, aber es halt trotzdem einfach so ein Ding ist, wo ich mir denke, wann ist der Punkt erreicht, wo wir die in vielen Mündern jetzt schon genannten Problemkarten wirklich attackieren? Ähm, aber ja, aktuell würde ich dir zustimmen, dass das Orcish Bowmaster ... Ist eine sehr, sehr gute Karte, aber vielleicht jetzt gerade nicht die, die man jetzt unbedingt loswerden muss. Ähm, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Pioneer. Das haben sie natürlich auch angekündigt. Und wir hatten ja jetzt gerade auf der MagicCon Chicago auch eine Pro-Tour gehabt, äh, das ein Pioneer war, was ja ein komplett neues Deck ranbrachte. Ähm, was immer ein ganz gutes Zeichen ist für, meiner Meinung nach, offenes Format. Also sie sagen hier auch quasi, dass sehr viele Karten aus dem neuen Set, also Normalize, The Deuce, ähm, die Surveillance, äh, eben auch Amalia-Kombo, Pitlock Prankster, Slide of Hand, dass die ganzen Karten einfach Play sehen. Äh, genauso wie natürlich der Vain Ripper, jetzt in dem neuen Raktos-Vampire-Deck. Ähm, und dass man halt auch eben nicht viel dazu sagen kann. Also ich hab auch eben in die Metagame-Analyse so ein bisschen noch mal geschaut. Und es gibt da auch kein Deck, was jetzt übermäßig viel Präsenz hat. Also alles so um die 10 Prozent ist es. Phoenix hat so, glaub ich, ein bisschen diesen historischen Boost. Das ist bei 15 Prozent. Aber von der Win-Rate her ist es auch ... Äh, ist es ganz gut hatebar. Es ist ganz gut handelbar. Ähm, und ja, ich bin nach wie vor gespannt, wie, äh, Raktos-Vampire sich so ein bisschen, ähm, ja, darstellt. Meine ursprüngliche Einstellung, hatte ich auch im Podcast gesagt, war so ein bisschen, das ist jetzt gerade so Monster of the Week und in zwei Wochen reden wir nicht mehr darüber. Jetzt sind's schon ein paar Wochen seit, da, seit der MagicCon her. Und es ist immer noch sehr beliebt. Also vielleicht ist das jetzt auch einfach ein neues ... Vielleicht ist das jetzt auch einfach ein neues Deck, worüber man eben auch reden muss. Ähm, aber wie gesagt, außer, sag ich mal, die, die, ähm, üblichen Themen, über die sich Leute aufregen, sprich, äh, Lotus-Feel, sprich Control, sprich Thoughtsies, gibt's eigentlich keine ernstzunehmenden Einwände, die man sagen könnte, hier müsste man was wirklich bannen. Also, das Meta sieht ganz gut aus. Ähm, ich hangel mich auch gerade noch mit meinen Eigen-Brews so ein bisschen herum, seh jetzt, sag ich mal, zwischen Karloff-Männer und Thunder Junction, das ist so ein bisschen meine Fun-Season. Da spiel ich jetzt aber auch keine Raktos-Midrange, sondern einfach mal ein paar lustige Decks, die man so zusammenwirft und guckt mal, wie weit man kommt. Ähm, und dementsprechend eigentlich alles gut. Ähm, Standard, ich weiß nicht, ob... Ich find's spannend, vor allem, weil du halt, wenn du halt, äh, die Reduktion halt machst und dann schaust, was die letzten 14 Tage, also, du, man muss ja auch mal wieder schauen, was so gerade in den Tagen ist. Und bei den letzten 14 Tagen zum Beispiel ist halt super viel Raktos-Vampire. Und alle könnten so denken, so, hey, ja, das hat über 20% Meteranteil und so weiter. Es könnte einfach dran liegen, dass Leute dieses Deck gerade austesten. Man darf auch nicht vergessen, MTG Goldfish ist halt jetzt gerade ein Online-Format, ähm, wo halt super viel MTGO da ist, sehr wenig Paper. Und, ähm, naja, Leute probieren es aus, weil das Deck macht halt Spaß, aber das macht halt auch EZ Phoenix, das macht Hidden Strings, das macht Amalia-Kombo, das macht Azurius-Control, weil es alles neue Karten hat. Und natürlich fallen dann so Klassiker wie Raktos Sacrifice, Raktos Midrange, ähm, Monogreen, äh, äh, irgendwie, was, sonst was einfach runter. Und sie fallen hinten runter, weil's halt neue Decks gibt, die jetzt gerade interessant sind. Ja. Die Frage ist halt, wie lang diese Decks interessant sind. Und das ist halt das, wo man's schauen muss. Deswegen bin ich immer noch nicht von diesem Trip runter zu sagen, okay, der wird halt nicht so lange bleiben. Ähm, es wird ein Deck sein, womit man spielen, womit man rechte muss, gegen das man spielen können muss, aber nichts übertrieben. Genau. Und das ist halt eben, aber das ist halt das Ding, ne? Ich find's halt schön, äh, und man hat halt die alten Urgesteine wie Control, wie Phoenix, wie Lotusfield, noch selbst Raktos Midrange ist nach wie vor gut spielbar. Also, wir sind weit weg davon zu sagen, äh, okay, wir haben jetzt eine komplett neue Meta in Pioneer erreicht, auch wenn das Deck jetzt überrascht, ne? Ähm, und dementsprechend schauen wir mal. Ich weiß nicht, inwieweit, ähm, bist du irgendwie in Standard drin, ähm, irgendwas mal gespielt in die Richtung, wo du gesagt hast, okay, da könnte man mal irgendwie draufschauen, ob man es bannt oder nicht? Bei Standard ist es aktuell so ein, ein, in Anführungsstrichen, shitfest, sorry, das sagen zu müssen. Ähm, das Problem ist halt, dass wir haben halt immer noch dieses Esper Midrange und generell Ausorius, generell weiß, weiß-blau, blau-schwarz. Die sind halt super krass unterwegs, ähm, und machen halt, äh, sehr, sehr viel aus. Das Problem ist, wir haben nicht genug Standard-Events, um das irgendwie relevant zu machen. Ja. Ähm, es ist nicht so, dass man sagt, okay, äh, man schaut sich so den letzten Monat an und dann, dann sind da 50.000 Decks. Also selbst das meistgespielte Deck an Meter-Anteil wurde keine 500 Mal in den letzten 30 Tagen gespielt. Das ist halt, wenn man halt rübergeht und sagt, macht, macht Pioneer, ja, da sind's halt 400 Mal, aber da haben wir halt eine wesentlich breitere Deck-Wahl. Also, in Standard haben wir halt nicht diese breite Deck-Inspiration. Wir haben zwar super viele Decks, die halt so ein- oder zweimal gespielt werden, die muss man halt einfach mal rauskratten. Und danach wird's halt schon sehr, sehr wenig, weil es einfach nicht so viele Events gibt. Das muss man leider sagen. Ähm, wie's auf Arena aussieht, weiß ich nicht. Ich guck mir da lieber irgendwelche Brutes an. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Es wirkt, es wirkt so, als ob sie mit diesem, mit diesem Wir-Revirtualizern-Standard-Gelabere irgendwas versuchen zu beweisen, dass sie da auf einem coolen Weg sind und sie nehmen halt random Karten, meiner Meinung nach, die sie hier erwähnen, ähm, und sagen, ja, das ist voll gut, was wir machen. Es macht super mehr Filmspaß und es macht alle, alle verkaufen ohne Ende Standard-Sachen und Standard ist voll das meistgespielte 60-Karten-Format. Da bringen wir das wieder hin, bla, bla, bla. Und, ja. Ja, ich mein, die Events kommen ja, also mit Standard-Showdown und den Store-Championships jetzt in Standard. Äh, bin ich mal gespannt, wie's weitergeht. Aber wie gesagt, ich, ich verfolge das Format, ähm, höchstens ganz leicht, ähm, hier und da mal mit nem Video oder so, aber jetzt nicht irgendwie großartig, ähm, was, wo ich dazu sagen könnte. Aber allem zusammen, um zu sagen, sind wir zufrieden mit den Bannings? Äh, hat dir was gefehlt? Also, ich hätte gerne nen Unbanning von Wild Plummet Adventure. Ähm, ja, Unbannings wäre tatsächlich nochmal ein interessanter Punkt, tatsächlich. Das wäre ganz großartig. Ähm, Banning von Uro und ich bin zufrieden, äh, wenn ich's jetzt ernst meine, muss ich sagen, das Format aktuell ist sehr healthy und genau so wird es auch belassen. Genau. Wie gesagt, ich, äh, kann nur applaudieren für den Bann in Modern. Ich glaube, das ist ein sehr, äh, guter und sehr notwendiger Bann. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt in so einen Zyklus gefangen sind, wo jetzt die Metadecks sich immer durchrotieren, bis wieder da was gebannt wurde. Das ist ein bisschen was, was ich online gelesen hab. Weil momentan gefavoritet sind halt eben Amulet-Titan-Decks und Yagmoth-Kombo-Decks. Und das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Beim letzten Mal wurde Fury gebannt, dann ist halt, ähm, sind die Cascade-Decks nach oben gerutscht. Jetzt wurden von den Cascade-Decks was gebannt, rutschen jetzt Yagmoth und, äh, andere Decks nach vorne, muss dann daraus wieder was gebannt werden, dann rutscht wieder was anderes nach vorne. Oder gibt's jetzt halt wirklich so ein Power-Level, was halt für alle so ein bisschen gleich ist. Das wäre ja wünschenswert. Ähm, und wie gesagt, ich geh davon aus, dass die Cascade-Decks trotzdem bleiben werden. Also, ähm, halt wirklich for free irgendwie zwei, äh, Rhinos zu bekommen oder halt eben das Board zu wipen und alles wiederzubekommen, das klingt auch in Sorcery-Speed ziemlich stark. Also, äh, von daher schauen wir doch mal. Aber wie seht ihr das mit den Bannings in Modern und in Vintage, beziehungsweise Unrestrictions in Vintage? Hättet ihr euch in anderen Formaten mehr gewünscht? Hättet ihr euch weniger gewünscht? Welche Unbannings wird denn mal interessant für euch? Schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich freuen, davon euch zu lesen. Kasper am�. Musik 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 Vielen Dank.